Hallo! Gut zu wissen! Der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Kuburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen. Mein Name ist Florian Bernecker und ich bin Digitalo und Privatkundenberater in der Filiale in Neustadt. Seit dem 4.10. können Sie auf das neue Online-Banking zugreifen. Die neue Plattform bietet Ihnen in neuem Design viele zusätzliche Funktionen. Hierdurch können Sie Ihre Konten noch bequemer verwalten. Die neuen Funktionen sind zum Beispiel die neue Startseite mit individualisierbarer Kontobezeichnung. Sie finden aber auch die gewohnten Funktionen wie zum Beispiel Überweisung, Lastschriften und Daueraufträge, aber auch neue Funktionen wie zum Beispiel die rückwirkende Umsatzanzeige bis zu zwei Jahren. Ab sofort können Sie auch alle Bankverbindungen mit nur einem Zugang verwenden, auch Fremdbanken. Das neue Online-Banking können Sie ab sofort verwenden. Öffnen Sie dafür einfach unsere Startseite wie gewohnt und klicken Sie auf den Button für den Login Online-Banking für Privatkunden, Firmen und Vereine. Ihre Zugangsdaten, die Sie von uns bereits erhalten haben, sind auch hier weiterhin gültig. Bitte beachten Sie, dass Sie parallel bis zum 31.12.2021 beide Funktionen weiterhin parallel nutzen können. Machen Sie sich am besten mit dem neuen Online-Banking jetzt schon vertraut. Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an mich oder meine Kollegen und Kolleginnen der Feuerbank Coburg wenden. Bitte beachten Sie auch, dass Sie Ihre Zugangsdaten stets geheim halten. Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir niemals Ihre Daten per Telefon oder E-Mail abfragen werden. Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Coburg.